so weiter geht's heute mit far cry so weiter geht's ja grüße so wir werden uns jetzt mal das auto hier krallen ich muss mal mit eurem auto weg tschüssi ich bin mal dran zum nächsten zum nächsten funkturm den wir uns heute krallen werden die royal army steht an der vordersten front um kürat gegen terroristen und kriminelle zu verteidigen so das auto wird hier stehen wir werden mich da hoch müssen holen wir uns dann mal den nächsten turm ja jetzt kommen wir ihn da hoch aber ich glaube wir müssen gar nicht da hochkett haben sondern wir müssen dann weiter zu dem nächsten direkt genau und dann da hoch ja aber dann machen wir das doch so genau so was richtig heute mal ich muss mich mal kurz orientieren und bisschen lang lang doch da hier hat mir das war doch nicht noch nicht tschüss ach du drecks wie ich hab's mir fast gedacht dass da der teilschlange noch irgendwo ist ich verreck jetzt ehrlich so miss wie ich wollte mich doch verhindern ich wollte mich da hochrennen jetzt muss ich hier jetzt stehst du hier unten und kommst nicht weiter weil dieses miss wie ich angegriffen hat so noch mehr ja aber ich hab's geschafft diesmal diesmal was geschafft weil eben mich runtergefallen da war diese scheiß Schlange. Und ich muss jetzt erst mal gucken, ob ich hier halbwegs hochkomme. Ja, natürlich. Oh, ich krieg die Motten. Ach, jetzt muss ich da hochkommen erst mal. Jetzt hat sich die Geschichte auch schon wieder erledigt. Jetzt bin ich ein Wildschwein und ich gehe jetzt auch auf den Sinkel. Ich brauche doch noch ein Scheiß, Alter. Ach, holt mich nicht voll mit dem Scheiß, Alter. So, dann noch mal da hoch. So, dann noch mal da hoch. Oh, ich weiß. Ja, was? Das ist nicht der, ein Hackpunkt. Ich fahre schon jetzt. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Alter. Das kann nicht sein. Ich stand schon da oben. Ja, und das zählt aber nicht. Mann, jetzt verzieht euch. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich will sie so scheiß Funkturm haben. Das sind Freunde? Okay. Äh, Freunde. Naja, dann gehen wir wieder runter und dann machen wir die ganze Scheiß einfach nochmal neu. Warte mal, ich überlege gerade, ob ich einen Hedi irgendwo schnappe, aber die haben keinen da, ne? Irgendwann leer. Im Hedi wäre es vielleicht einfacher, da hochzukommen. Aber ich habe kein Fluggerät. Super. Warte mal. Gyrocopter ist da oben, aber da komme ich nicht ran. Komm, wir können jetzt ganz, ganz weit runterfallen, das ist eine gute Idee. Geschnitten habe ich schon, wo ich hin muss. Jawoll. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß Turm. Alter. Wenn du dann einmal dran bist, ne? Das zieht nicht. Hey, du stehst da ewig und probier es und kannst du versuchst und machst und tust. dieses Spiel sagt, ne? Das machen wir nicht. das ist doch ein Heberschen Schirm. Das ist doch ein Heberschen Schirm. Das ist doch ein Heberschen Schirm. Ja, ne? Ja. Scheiß. Super. Ja, der Fall halt auch da und da ist doch egal. Langsam. Das ist doch ein Scheiß auspusten. Ne. Also scheinbar sagt das Spiel, nö. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Lassen wir mal so wie es ist. Ich hätte gerne, wie gesagt, diesen Punkt gehabt, aber naja, scheinbar darf ich das spielen. Nö, ist nicht. Aber ich gucke gerade, ob ich noch einen Heli oder so in der Nähe kriege. Weil dann kann ich rüberfliegen. Das wäre zumindest mal die Idee. Ein Heli wäre schon schön, aber wo haben wir denn einen? Ist ja egal, wo er jetzt ja nicht ist. Weil ich muss ja noch rüberfliegen können. Ich muss ja nur gucken, wo ich rüberkomme. Gibt es keinen Gyrokopter in der Nähe? Ich verarsche. Also zumindest mal irgendwo... Ich muss ja noch mal jemanden stehen. Ich muss ja noch irgendwo da hinkommen. Ein Auto, ein Heli, irgendwas... Also ein Auto nicht, aber ein Heli brauche ich. Eigentlich müsste ich ja alle wegmachen, aber... Scheiß Heli wäre schon geil, wenn wir die in der Nähe hätten. Hm. Aber kein... Wie heißt es Gyrokopter mal denn hier? Ich brauche mal einen. Ja, Kontrollen ist braunig. Nein. Ne, scheinbar... Ich will das Spiel nicht, dass ich die Dinger fertig machen. Aber ich bin auch so blöd, mich da hochzustellen... Äh, da zu stellen. Hm... Das sind nur Autos. Ich brauche kein Auto. Ich brauche einen scheiß Heli. Ich muss ja mal kurz zu den ganzen Außenposten reisen, damit ich diesen scheiß Heli bekomme, damit ich da hoch kann. Da ist auch keiner. Ich muss mich verarschen jetzt mittlerweile. Schnellreise, die Fiegestation müssen wir mal abgeben. Kein Boot, ich brauche einen Heli, Mann. Gebt mich nicht auf den Senkel mit dem Scheiß jetzt. Da. Jetzt kommst du hier nicht raus. Nein, Spaß. Abflug. Ja. Das war's denn des Wortes. Wir werden jetzt nicht wieder mal einen Abflug machen. Ich habe genug Fähigkeit. Aber ich brauche einen Heli. Und dem Heli fliege ich jetzt zu diesem scheiß Funktoren, wenn ich mir den irgendwann mal auch krallen kann. So, jetzt werde ich mal kurz rüber gehen auf die Karte wieder. Dann bitte ich. Ich glaube, der war das, ne? Weißt der? Ne, das ist nicht der. Der war das. Den werde ich jetzt holen. Ich werde mich jetzt auf landen, clever sein, da oben landen und mal den von oben wegholen. Und dann ist schon wieder Folgenende. So, dann heute nur ein bisschen probieren, da hochzukommen. Was ist denn das hier links? Das ist ein Funkturm, ne? Ja. Oh, der ist online, ja. Bei der grünen Link. Ich dachte mir, da war wieder Feind am Ort, ne? Aber dann weiß ich zumindest, wo ich jetzt immer wieder einen Gyrokopter finde. Das macht es mich ein bisschen einfacher. Ich muss natürlich jetzt erstmal noch hinkommen. Wie ihr seht, sind das fast drei Kilometer? Jetzt ist es auch dunkel, das ist natürlich super. Ja. Das macht es natürlich noch einfacher zu landen. Nicht. Ja, halten wir uns mal schnell vorher noch. dort denken sie bestimmt weil es kann mit darunter so ein klamotter noch da an dem auspassen da muss ich gleich noch gucken wo wir landen müssen der können wir interessiert mich nicht das war immer wieder neu deswegen ist es eher wurscht ich weiß nicht was das gerade war weil ich zu hoch war hier müssen wir doch wieder runter hochgehen können ja super wenn man auf beiden ich bin hier gerade oben gelandet egal jetzt kannst du wieder runter ist mir scheißegal jetzt kannst du die ganze scheiße noch mal neu machen weil wir so tolle wünschen sind und dich einfach oben und das nicken ernsthaft ihr säcke alter packt eine drecks schrothflinte beim nächsten mal wieder ein heute war jetzt ein heli ja ja weiß ich dass am heli ist gut 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 hier trägst pisse alter da mache ich die ganze arbeit mit dem heli hoch zufrieden im eurokopf zu fliegen und der spiel sagt da steht einer mit der schrothflinte und ballert dich einfach mal kurz komplett weg du kommst nicht mehr weiter kannst du dich da so schnell wie ihr säcke alter ich war das so was wir zu dem nächsten müssen wir wieder hoch fliegen ich die marken ich hasse dieses spiel manchmal wo muss man denn da hin jetzt überhaupt da wollte ich hin zu dem komm 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 also was anders will drüber bei ich liebe es wenn man dann mit einem plan funktioniert wenn man dann da fliegst du da schön entspannt hin und direkt um die ecke steht ein affe mit der schrotflinte und ballert dich einfach mal kurz aus fünf kilometer entfernung weg ich wollte schön entspannt diesen funktur machen und zwar nichts anderes eigentlich aber nein das spiel will mich nicht hasbisch vor allem wir haben nichts geschissen bekommen außer der versuchen da dieses berg hoch zu klettern oder mit dem gyrokopter zu besorgen und da versuchten hinzuschliegen wie gesagt unterschied also ein affe mit der schrothflinte und sagt der höhe arschloch ich krieg dich wo das auch mal jetzt noch nicht schon wieder schießt kommt sich schon für 90 spiele stellen oh wir machen das anders kriege ich den von dir? ja da bist du hier packt eine scheiß Schrotflinte wieder ein, du Sackhalter hi mein Freund du hast mich doch eben gerade schon so du bist mir doch eben schon wieder auf den Sack gegangen die ganze Zeit du warst auch so mit deiner Dreckschrotflinte ich habe mir dein scheiß Gesicht gemerkt was ist denn da noch nö, lass mich ach, alter ey gut ich habe die Schnauze gefunden wir versuchen es in der nächsten Folge tschüss die Schnauze die Schnauze die Schnauze die Schnauze Vielen Dank.